so so dann einmal hier so, oh scheiße, da unten ein Sucher den müssen wir hochjagen ähm boah warum hat der wo ist ja ein zweiter, achso, den Warspult so, auch der Warspult Titan so und zack so dann weiter also es geht jetzt gerade ein bisschen, das Pfeife geht gerade mir ein bisschen auf die Nerven ich glaube, ne so der Titan ein Titan ähm, alles mal im Forschungs ah nö das darf der Titan jetzt übernehmen also ja, aber der Titan ist eben so so groß so groß ausbildung ausbildung bodenunterstützung bewegung mammutpanzer bereit rücker also, ne okay ja, ich muss dann unbedingt mal einen Titan Kampfgruppe machen ja, okay, jetzt sind jetzt habe ich irgendwas so eingestellt, dass so, dass da werde beschossen ja, Sir bereit in Gefecht gepanzert und bereit ja, Sir zielen und feuern jo, da kommt der Titan schwarlauber der Mammutpanzer ist einfach was unersetzliches besiegbar alle Systeme bereit ja, Sir los geht's taucht zur Front mammutpanzer bereit völlige Überlegenheit bereit überrollt sie mammut rückt vor so also die Basis ist jetzt nicht wahrlich schwer gewesen aber das hauptsächlich weil die mächtigste also die fabrik der Flugzeuge also die hier und die hier waren schon zerstört und dann ist das meistens kein Problem mehr wirklich bevor wir da angreifen kommt die Ionen nein die Ionen kann nun muss ich woanders einsetzen einfach um damit ich jetzt den Nordstier oben im Norden die Stirn bieten kann äh äh orca angriff special force command so kann ich jetzt auch meine Truppen hierhin abkommandieren Skynet mach ich auch mal noch anschnell und ähm da ist keine Basisverteidigung wird erhöht so ähm reparieren oh hier oben die Basis hat hochgejagt also wurde zerstört den will ich aber noch mal zum verbessern schicken und dann los geht's ok ok jedenfalls sind die Avatare größtenteils weg es gibt sofort wieder einen Kampf äh ja ok dass die nicht immer als erstes auf die Verteilung gehen sondern ja das ist immer ein bisschen mit der KI äh Echtzeiten muss ich machen um irgendwie noch eine Chance zu besitzen ich muss die jetzt irgendwie schnellstmöglich zerstören oh wir haben sie trooper stehen bereit wir sind hier auf geht's oh macht sie fertig Zeit zu gehen dann wollen wir mal oh wo auf geht's Thomas Feuer frei jo das da habe ich jetzt nicht mehr viele Chancen warten auf Zielkoordinaten da kann ich jetzt höchstens versuchen noch irgendwie den fliegen zum Zielgebiet warten auf Einsatzbefehl feierhauk unterwegs ist das gebiet sicher feindliche Stützpunkt in sich ein feierhauk jetzt feierhauk ein so ja eigentlich das war jetzt ja das ist immer so damit kann eben nur die KI was wirklich anfangen weil es eben so blöd gemacht jawohl wir haben jetzt nicht mehr so viel die so nehmen wir es hier wieder ein aktivierungszentrum geht es so ne ja so wie Angriff und hier muss noch nein äh das war's falsche und hier kommt noch eine zweite Ionenkanone hin wir haben einen in der nördlichen einen in der südlichen Hemisphäre oder Ionen-Uplink äh oder wie heißt es hier genau Ionenkanone-Kontrollzentrum ok äh jetzt wollten wir noch ein Steel Talons machen das MBF der Morph der Titan mobile Transportfahrzeug ok so ist das eine sehr schöne Truppe ähm Titan Angriff so der Titanangriff der kann jetzt auch